Mit meinem ruhigen Blick betrachte ich deine Aura und ich erlebe drei Visionen in dir. Zunächst einmal erlebe ich an deiner linken Seite ganz viele Erdwesen, die Zwerge, Wurzelwesen, erdend, stabilisierend. Dann vor dir erlebe ich viele lichtvolle familiäre Symbole und deinen Schutzengel in dir im weißen Licht leuchtend und in seinem Brustraum ein wunderschöner Stern der Erkenntnis strahlend. Und das bedeutet Folgendes. Ein Abstand, Rückbesinnung, Aufenthalt in der Natur sind immer wichtig, weil hilfreich. Für jeden ist es wichtig, mal aus seiner Beschäftigkeit herauszukommen, ein bisschen Abstand zu bekommen, sich zu erden und die Gedanken zu klären. Immer wieder nimm dir solche Durchschnaufpausen bitte, denn in naher Zukunft wird deine Familie dich brauchen, sehr brauchen. Und wisse, du bist ein sehr wertvoller Teil deiner Gemeinschaft. Deine Lieben haben dich gerne, dich um sich herum. Du bist ein Mittelpunkt der Harmonie und Zuverlässigkeit. Und wenn man mit so vielen Menschen schwingt, ist es auch immer wichtig, für sich Raum zu nehmen zum Durchatmen, um voller Gleichmut und Klarheit zu sein. Denn du kannst dich auf deine geistige Anbindung, auf dein inneres Wissen, dein schönes Urteilsvermögen vollkommen verlassen. Das ist auch der Grund, deine geistige Anbindung, warum deine Mitmenschen so viel Wert auf deine Meinung, auf deinen Rat legen. So leuchte stets wie ein Leuchtturm der Liebe und des Gleichgewichts in dieser Welt. Du bist ein wichtiger Ratgeberin.